Ja, ich glaube, das ist ein anderer Wettbewerb hier, dass wir froh waren, dass wir wieder ein Spiel vor der Brust haben, wo wir uns beweisen können. Das war wichtig und das haben wir auch gezeigt und das haben wir auch von der ersten Minute an gezeigt. Ich glaube, dass sowas natürlich immer in den Köpfen ist, aber dass sich beweisen, das hat viel Wert gehabt für uns alle, dass wir wieder auf dem Platz stehen konnten, dass wir eine große Mannschaft auch hier auswärts im Old Trafford vor uns hatten. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir gezeigt haben, dass wir hier einen verdienten Sieg auch eingefahren haben. Also ich finde, dass wir gerade das, was wir haben vermissen lassen gegen Frankfurt auswärts, hier gezeigt haben, dass wir in jeden Zweikampf gegangen sind, dass wir die Duelle gewonnen haben, dass wir gezeigt haben, dass wir einfach wach sind, dass wir konzentriert sind, dass wir jede Situation auch ernst nehmen und das haben wir vermissen lassen und heute gezeigt. Es hängt natürlich immer viel von der Tagesform ab, auf wen wir auch treffen werden, aber ich glaube, wenn wir so beherzt spielen wie heute und wenn wir das so annehmen und auch nicht denken, dass es von alleine geht, dann können wir weit kommen und das ist unser großes Ziel. Aber jetzt müssen wir einfach abwarten und uns auf die Bundesliga und die letzten beiden Spiele konzentrieren. Und dann müssen wir einfach abwarten und uns auf die Bundesliga und die letzten beiden Spiele konzentrieren. Und dann müssen wir einfach abwarten und uns auf die Bundesliga und die letzten beiden Spiele konzentrieren.